Da gibt es massive Foot-Clan-Aktivitäten. Wir nehmen Geiseln. Rock'n'Roll! Los! Woo! Das ist unsere Stadt! Die haben wir platt gemacht! Wie Schatten in der Nacht. Von niemandem gesehen. Was war das? Da hat er ein Foto gemacht. Gib mir die Kamera. Oh, hört ihr? Er spricht wieder mit seiner Batman-Stimme. Abgang, Robbie. Du wirst kein Sterbenswärtchen hierüber verlieren. Und wenn doch, wir wissen, wo wir dich finden. Ja, wir werden dich finden. Sorry, ich wollte jetzt echt nicht wie ein Stalker rüberkommen, aber wir finden dich. Meine Söhne, euer ganzes Leben habe ich euch trainiert, um die Welt über uns zu beschützen. Doch ich fürchte, ihr seid noch nicht bereit für ihre größte Bedrohung. Wir haben eure Rüstung perfektioniert. Schradder. Wir kämpfen vier Schildkröten gegen den Roboter-Samurai. Komm her! Wieso nicht? Jungs, Lea Berger! Und je, was machst du da? Ja, das ist gut. Pass auf, dass du alles draufkriegst. Sie sind also Aliens? Nein, das ist doch bescheuert. Sie sind Schildkröten. Sollten wir sonst noch irgendwas über sie wissen? Sie sind Ninjas. Ja, das ist gut. 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 Wir machen das, gut. Ich bin kein Maris. Ich bin kein Maris. Ich bin kein Schildkröten. Ich bin kein Schildkröten. Ich bin kein Schildkröten. Vielen Dank.